Und damit. Moin Leute, kamen wir wieder im Chat für euch. Heute mal wieder ein bisschen Black Ops 4 mit einer endelten Runde und letzten Runde World 2 Dark Matter. Danach haben wir es endlich geschafft. War ein sehr schwerer, steiniger Weg, muss ich ganz ehrlich sagen. Gerade mit den Scharfschützen, die werden und Messer ging eigentlich und so, muss ich ganz ehrlich sagen. War eigentlich alles recht okay. Es hat zwar eine Weile gedauert, aber wenn man wirklich sich das vornimmt und wirklich dabei bleibt und das immer wieder und immer und immer wieder macht, egal was für eine KD bei rauskommt, egal wie was läuft, einfach fertig spielen. Dann schafft man es auch wirklich ziemlich schnell, wie ich finde. Und zwar, wir haben jetzt noch 50 Abschüsse mit den Aufsätzen. Und dann war es das. Dann haben wir es endlich fertig. Ich denke, wir werden es mal zwei Runden. Dann werden wir es, denke ich mir, mal eintüten. Gucken wir uns das Ganze mal ingame an. Danach werde ich, denke ich mir mal, vielleicht noch ein Gameplay dranhängen mit der Dark Matter Tarnung. Ein cooles Waffe. Weiß jetzt noch nicht wer. Ich denke, wir werden wir mal irgendwas nehmen, irgendwas cooles. Und dann werden wir nochmal eine Runde mit der Dark Matter Tarnung zocken, damit ihr das mal seht. Und ja, würde ich sagen, jetten wir uns ins Game, holen wir uns die Dark Matter Tarnung. Ich habe Bock. Ich hoffe ihr auch. Bis gleich, Leute. Oh, der hat uns die nicht wirklich angeheftet, ey. Scheiße. Scheiße. Jetzt haben wir ihn. Haben wir. Jetzt hier. So. Ah, den haben wir wenigstens noch. Lecker. Sehr nice. Ja. Könnte es nicht mehr allzu viel sehen. Oh, jetzt haben wir keine Schuss mehr. Müssen wir uns verteidigen greifen, hier liegt nichts anderes doch. Ja, da liegt wohl die Würdekein. Die Flüße geben ich mir jetzt hier nicht. Oh, mega Schwingen ihr habt. Da waren sie alle. Da waren sie alle. Da waren sie alle. Vorplan. Ja. So, geht immer. Waren wir nicht drin? Das ist geil, wir kämpfen uns ran. Die zwei möchte ich noch. Aber die zwei Achter haben wir noch. Jawohl. Mal sagen noch, ich denke mal noch eh ne Runde, denn wir werden mal die Dark Matter ne Tasche haben. Bis gleich, Leute. Ich hoffe mal letzte Runde. Dann müssen wir einfach die Dark Matter in der Tasche haben. Komm, wir kaufen uns den. Schade, muss der für 50 Schuss. Komm, Männer. Ja. Mit ner Pistole gegen das Biff, na klar. Na gut, den haben wir. Kriegen wir. Schade, haben wir nicht. Ab ist das, ey, man, ist nicht so einfach. Also, hier den müssen wir. Ja, aber komm. Und da haben wir sie. Da haben wir sie. Da haben wir sie. Jawoll. Ist mir scheißegal, Mann. Ja. Da haben wir sie. Da haben wir sie. Genial, Leute. Genial. Wirklich genial. Guckt's euch an. Guckt's euch an. Einfach die ganzen EPs, die durchlaufen. Wir spielen noch zu Ende. Gucken uns die ganze Sache dann nochmal an. Richtig nice. Endlich Dark Matter. So ein langer Grind, ey. So ein langer Grind. So ein langer, harter Grind. Besonders mit dem Pumpen ohne Aufsetzer und sowas. Das hat mich schon echt übel abgenervt. Wenn ich da an die SDM denke und alles sowas. Das war echt nicht schön. Oh, wir haben keine Emotionen mehr. Tja, Pistole zu Ende ist ja gleich. Fast drei. Oh, keine Ahnung. Piste läuft. Komm, nehmen wir den noch mit. Den noch mit. Jawoll, und damit haben wir es. Richtig geil. Dark Matter, ey. Richtig nice. Drei Elber-KD mit Pistole, okay. Multitasking? Jawoll. Heul Arena. Habt ihr eigentlich mitgekriegt, mal so am Rande, dass die Killcams, also quasi die feine Killcam, einfach länger läuft? Seit dem letzten Patch ist das irgendwie so. Manchmal hat man so, äh, manchmal hat man ja bloß immer so drei oder vier Kills gesehen und jetzt sieht man eigentlich immer ein bisschen mehr. Also ich find das echt, echt nice, dass wir es drin gebaut haben. Manchmal kann man 20 Mal nachladen oder so. Früher ging das ja immer nicht. Oh mein Gott, wir haben's einfach. Sekundärwaffen auf, äh, Diamant haben wir. Für alle sekundären Waffen, nochmal die Diamant? Diamant-Sekundärwaffe und die dunkle Materie. Ja, voll nice, Mann. Richtig nice. Dann würde ich sagen, haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Äh, Karl. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020